Hallo, hier ist Hennis Bender und ihr hört die Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo zusammen zu dieser etwas kürzeren wahrscheinlich Sonderausgabe der Comic-Cookies. Mein Name ist Andi und zwar der Andi aus Nürnberg und heute mit mir dabei ist noch der Breedstorm. Hallo Breedstorm. Einen wunderschönen guten Tag. Breedstorm und ich haben uns heute zum Zeitpunkt der Aufnahme zusammengefunden, um einen kleinen Techniktest hauptsächlich auszuführen. Und da haben wir gedacht, machen wir einfach gleich eine Probeaufnahme und sprechen ein bisschen über Comics, Überraschung bei den Comic-Cookies. Das heißt, wir haben jeder jeweils einen Comic vorbereitet, den wir uns gegenseitig vorstellen werden. Aber hauptsächlich, wie gesagt, geht es uns darum, diese Technikgeschichte mal zu testen. Und da springt dann, wenn alles klappt, für unsere lieben ZuhörerInnen noch eine kleine Zwischen-Comic-Cookies-Folge mit bei raus. Ja, wir haben nicht viel vorbereitet, außer diesen beiden Comics. Momentan läuft das Comic-Festival München zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist so aus der Comic-Welt jetzt gerade so ein bisschen das, was passiert. Ich weiß nicht, Breedstorm, hast du irgendwelche großen Comic-News oder irgendwelche Dinge, die gerade besonders sind, wichtig sind, erwähnenswert sind? Nein, auf keinen Fall. Wir haben natürlich auch gerade noch das große Gewinnspiel laufen, bis jetzt diese Folge hier, bis ihr das hört, ist das Gewinnspiel dann auch vorbei. Aber da gibt es dann demnächst die große Auslosung. Aber da werden wir dann in der nächsten regulären Comic-Cookies-Folge natürlich dann auch noch drüber sprechen. Okay, dann sagen wir einfach mal kurz, was wir heute vorstellen. Ich fange mal an. Ich habe mitgebracht einen für mich raren Ausflug in das Marvel-Superhelden-Universum. Menschen, die mich schon öfter bei den Comic-Cookies gehört haben, werden wissen, dass ich nicht so viele Superhelden-Comics lese. Und dann, wenn ich so in mein Regal gucke, habe ich in der Vergangenheit doch hauptsächlich Batman gelesen. Aber wir haben ja hier bei uns in der Region, also in der fränkischen Region, einen Comic-Zeichner, der hin und wieder für Marvel zeichnet, Jonas Scharf. Und der hat, ich meine, das war letztes Jahr, die Miniserie Avengers of the Wastelands gezeichnet. Und über die werde ich heute sprechen. Breedstorm, was hast du heute mitgebracht? Bei mir wird es wieder Spiro-artig heute. Und zwar habe ich Spiro präsentiert, Zyklotop Band 1 und 2 mitgebracht. Band 1 und 2. Okay, das heißt, gut, bin ich gespannt. Wusste ich noch gar nicht, dass das zwei Bände sind oder dass du zwei Bände mitbringst. Bin ich sehr gespannt, was du dazu zu berichten hast. Dann leg doch einfach gleich mal los damit. Ja, also Spiro, wir sind alle Comic-Cookies-Hörer ja schon längere Zeit, feiern wir eigentlich schon sehr. Gerade, ich denke, bei uns beiden ist das sehr groß, weil wir das als Kind schon gelesen haben. Und da einfach eine Beziehung dazu entwickelt haben. Ja, Spiro war für mich so die erste Comic-Reihe, die ich wirklich aktiv verfolgt habe. Also vorher habe ich halt immer so mal hier, mal da, da mal ein Band und hier mal ein Band und da mal ein Heft. Und als dann Spiro in mein Leben getreten ist, war ich dann auch in einem Alter, wo mir das Konzept dann auch so klar war. So von Reihen, dass es eben nicht nur so das gelegentliche Heft am Supermarktregal irgendwie so gibt, sondern dass es dann eben auch so mehrere Bände gibt. Und vor allem bei mir war es dann die Stadtbücherei bzw. der Bücherbus erstmal, der hier bei uns, also jetzt nicht hier, wo ich jetzt gerade noch wohne, aber damals noch, wo ich wohnte, im Dorf vorbeigekommen ist, wo ich dann wirklich immer darauf gegeiert habe, quasi den nächsten Spiro-Band dann auch lesen zu können. Und wo dann auch mein Taschengeld über Jahre dann immerhin geflossen ist. Ja, Spiro und dann natürlich auch die ganzen anderen Karsen-Reihen noch. Aber Spiro war so meine erste Figur, die ich verfolgt habe. Ja, ich bin da, wie gesagt, etwas später jetzt wieder dazugekommen. Mein Wiedereinstieg beim Comics war deutlich von Superhelden geprägt und dann durch Vertigo und ähnliche Sachen, Image sicherlich. Aber vor einigen Jahren habe ich mir dann alle alten Spiro-Bände nachgekauft. Und ja, auch da hat man ja schnell festgestellt, es gibt unterschiedliche Zeichner mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und ja, was mir nie so richtig gut gefallen hat, waren die Bände nach dem, ja, ich weiß nicht, ob das ein Wiedereinstieg bei Spiro war. Aber es gab in Deutschland, ist der letzte Altband, möchte ich es mal bezeichnen, Jagd auf Spiro Nummer 44, 1998 erschienen. Und die ersten neuen, die sind 2005 erschienen und zwar alle vom, also von 2005 bis 2008 sind alle Bände von Morvan und Monoera als Kreativteam in den Handel gekommen. Und das waren tatsächlich dann die Bände, die mir, als ich mir die ganzen alten Sachen nachgekauft habe, nicht so gut gefallen haben. Weil mir war der Strich von Monoera einfach, oft einfach zu modern, zu skizzenhaft, zu, also es hat nicht gepasst. Ich wollte in dem Moment, wo ich mir die ganzen alten Bände nachgekauft habe, wollte ich einfach viel von dem, was ich früher teilweise gelesen habe, nochmal haben. Ich wollte Sachen, die so ähnlich sind und ich wollte auf keinen Fall mich auf irgendwas Neues einlassen. Zwischenzeitlich hatte ich mich aber schon mit anderen Comics, also später von Monoera, der ein spanischer Zeichner ist, 72 geboren. Also jetzt, ja, auch so wie wir, eher so mittelalt, würde ich mal sagen. Das war sogar älter als wir. Ja, sogar älter auch noch, aber nicht viel, nicht viel. Und dachte ich, gebe ich dem mal wieder eine Chance, zumal mir diese, die Reihe an sich mit Rummelsdorf, hatte ich ja schon vorgestellt, auch schon sehr gut gefallen hat. Also die Spiro-Präsentiert-Reihe. Und er hat, ja, er hat halt die ersten drei Bände dieser Reihe gemacht und ich glaube, der nächste Zyklotrop-Band ist auch für den Dezember angekündigt, habe ich jetzt herausgefunden. Also es geht weiter. Und der Zyklotrop ist ja schon, ja, der klassische Gegenspieler eigentlich von Spiro, der immer mal wieder auftaucht, immer mal wieder versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und meistens auf eine sehr lustige Art und Weise und dabei scheitert. Also sie ist ja auch so ein bisschen so eine tragische Figur. In dem Band ist beschrieben, ja, er versucht böse zu sein. Also er ist kein Bösewicht, sondern er versucht einfach böse zu sein und schafft das eigentlich nicht so richtig. Und das trifft es, glaube ich, eigentlich so ganz gut. Und diese Reihe beschäftigt sich demnach nur mit Zyklotrop und dem Universum, was darum aufgebaut wurde. Denn schon gleich, der erste Band heißt Die Tochter des Z. Und ja, Zyklotrop hat eine Tochter, die gleich sehr schön eingeführt wird am Beginn, indem sie nämlich ins Kino geht mit einem jungen Herren. Und der gute José Munoera hat da gleich einige, wie soll ich das sagen, leichte Kritik an Episode 9 vorgelegt, indem sie nämlich in Star Battle Episode 9 gehen. Und ja, gleich, also die ersten Blasen sind schon deutlich Kritik in Richtung, wie sich diese Serie da weiterentwickelt hat bei Star Wars. Das ist alles so ein bisschen, ja, es ist ja nicht Star Wars, aber eigentlich reden wir doch hier genau über Star Wars. Und das setzt sich in dem Band vor. Also es geht später noch um popkulturelle Anspielungen mit Indiana Jones und ähnliches. Also da baut er schon ziemlich viel mit ein. Und das auch, da ist die Grenze ja oftmals so, wann wird es schlimm, wann findet man es gar nicht mehr lustig. Aber ich finde, er hat da noch die Kurve gekriegt und das sehr lustig eingebaut. Jedenfalls geht da eine junge Dame mit pinken Haaren, mit einem jungen Herren, ins Kino, als plötzlich es dann doch so ein bisschen romantisch wird. Und nach dem Kino versucht der junge Herr, der jungen Dame mit dem pinken Haaren einen Kuss zu geben. Wird aber dann natürlich gleich von einem Zyklobot angegriffen, weil es Zyklotrop natürlich nicht akzeptieren kann, dass seine Tochter da hier unsittlich von einem jungen Herren da berührt wird. Und so entspannt sich so ein kleiner Kampf in Paris mit einer Menge Kollateralschaden, wo eigentlich nur Zyklotrop versucht, seine Tochter zu holen und diesen Verehrer da auszuschalten. Und ja, diesen Vibe setzt die Serie dann die ganze Zeit fort. Also Zyklotrop als Vater ist schon ein sehr behütender Vater, der keinesfalls möchte, dass seine Tochter da irgendwie irgendwas mit irgendwem anfängt. Und wenn sie da so in seiner Bergfestung sitzen und ihr versucht, das Leben zu erklären, ist sie natürlich sehr rebellisch. Sie sieht nicht nur girlymäßig aus, sie hatte auch so diesen Rebellencharakter, dass sie gern mal gegen ihren Vater rebelliert. Und das ist letztendlich, worum es in dieser Serie auch geht. Es stellt sich dann raus, das ist jetzt kein Spoiler, weil schon ziemlich früh erklärt wird, dass sie ein Android ist. Also Zyklotrop hat sich seine Tochter selbst gebaut. Er baut ja immer eine Menge Zyklobots. Er hat zum Beispiel einen eigenen Butler, der eine Version seines Zyklobots ist. Und so ist seine Tochter auch ein Android, aber natürlich auf einem deutlich höheren Level als die ganzen Angriffsroboter, die dann immer schadenweise abgeschossen werden. Und ja, wir erleben dann die Abenteuer des Zyklotrop, wie er versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Meistens scheitert. Seine Tochter findet es auch nicht immer gut, wenn er da versucht, die Weltherrschaft zu übernehmen. Wenn er zum Beispiel mit Despoten, die kleine Länder besetzt haben, in Verhandlungen tritt und denen Militärgeheimnisse verrät. Weil eigentlich, sagt die Serie, die einzige Erfindung des Zyklotrop ist eigentlich der Zyklostrahl. Alles andere hat er mithilfe dieses Zyklostrahls quasi aus den Köpfen von Leuten rausgezogen, von Militärs. Also er setzt ja immer sehr viele Kampftechnik ein, Kampfhubschrauber, Kampfroboter, Drohnen etc. Aber das sind alles eigentlich nur Dinge, die er in irgendwelchen Militärlabors mit seinen Zyklumen angeklaut hat. Und ja, da sehen wir auch einige Versuche, wieder an Geld zu kommen, weil das erklärt dann auch das Rätsel, wie er immer wieder es schafft, riesige Festungen zu bauen. Das ist alles Geld, was er mit gestohlenem Wissen gemacht hat. Auch im Band 2 hat er sich mit neuen Despoten verbrüdert und liegt wieder im Clinch mit seiner Tochter. Aber da wird eine weitere Figur eingeführt. Und zwar ist das der Lehrling des Bösen, wie auch der Band heißt. Nämlich ein sicherlich noch unter 10-jähriger Junge, der ebenfalls versucht, der Beherrscher der Welt zu werden. Und der eigentlich nur bei Zyklotrop in die Lehre geht. Und Zyklotrop hat natürlich Besseres zu tun, als sich mit so einem kleinen Emporkömmling zu beschäftigen. Aber so ein bisschen Geniezüge hat er natürlich auch. Er presst dann Zyklotrop und möchte, dass er, also er geht zwangsweise bei ihm in die Lehre. Und dieser Knabe heißt übrigens auch Z-Trick und zwar mit Z natürlich geschrieben, damit es evil ist auch. Das muss natürlich sein und damit es auch so anfängt wie bei Zyklotrop. Und auch da gibt es natürlich sehr schöne Kämpfe, sehr viel Slapstick. Und aber auch hier wieder sehr viele Anspielungen auf Popkultur. Ich hatte ja den Zeichenstil in der reinen Spiro-Reihe schon kritisiert. Und ich glaube, das war vornehmlich deswegen, weil ich Spiro halt wirklich so sehen wollte wie früher, dass es aussieht wie bei Francault, dass sich da wenig Veränderungen zu ergeben. Und das hat Munoera natürlich in seinen Bänden schon gezeigt, dass er da einfach einen neuen, moderneren Stil bevorzugt, den er auch sowieso selber hat. Deswegen hat mir das bei Spiro nicht so gefallen. Hier, wo Spiro und Phantase die ganze Zeit bislang nicht aufgetaucht sind, stört mich das überhaupt nicht. Also hier passt es sehr zu diesen Hollywood-ähnlichen Action-Sequenzen, zu den Flugszenen, zu den Kämpfen. Da passt es eigentlich sehr gut und unterhält mich auch sehr gut. Ich würde, wenn ich es bewerten müsste, immer noch hinter den letzten Spiro-Bänden oder auch hinter den Spiro in verschiedenen Zeitebenen oder hinter dem Spiro in Berlin und so weiter, da würde ich das alles hinten anstellen, aber nicht viel weiter. Also wenn man Spiro mag und die Figur des Zyklotrops ist das sicherlich was, wo man reingucken kann, wenn man nicht zu sehr, wie ich am Anfang, von diesem Zeichenstil abgehalten wird. Wie gesagt, es wird weiterentwickelt, das Ganze. Und wie gesagt, ich habe mich gefragt, sind nur die ersten drei Bände von ihm. Aber nein, der Dezember-Band wird wieder von Monoera sein, der das auch komplett als Autor betreut, die ganze Serie. Nur die Farben sind von, muss ich nachlesen, Setias. Das sagt mir jetzt auch nichts. Aber sonst hat er diesmal alles allein gemacht. Und vielleicht hat das Ganze auch für mich positiv beeinflusst. Oder ist natürlich meine innere Haltung, dass ich jetzt nicht mehr ganz hoch abgeschränkt bin und meine, wie soll ich das sagen, meine Retro-Gefühle dadurch wieder entfachen wollte. Du hast es noch gar nicht gelesen? Nee, was ich gerade sagen wollte, ist es natürlich auch häufig so. Geht auch häufig so. Geht mir zumindest so. Auch wenn man gewisse Erwartungen auch an den Film oder sowas hat und dann das nicht so ganz ist, wie man es eigentlich gern hätte. Aber dann, wenn man dann das nochmal schaut oder nochmal liest oder nochmal in Berührung kommt und dann das auch weiß. Also wenn man dann eine andere Erwartung mitbringt, weil man eben schon weiß, das ist zeichnerisch anders. Als ich es beim ersten Mal erwartet habe, dass man dann milder ist. Also vielleicht hast du dich jetzt auch an den Zeichenstil in gewisser Weise gewöhnt und natürlich auch eben in dem Kontext, dass du einfach die Figuren Spirou und Phantasio jetzt hier nicht so präsent hast und eigentlich anders sehen möchtest. Aber ja, finde ich interessant. Nee, ich habe die nicht gelesen. Ich habe leider ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren keine neuen Spirou-Sachen gelesen. Ich habe ja vor einer Weile mal hier diesen ersten Band vom Superpagen vorgestellt und davor war das letzte, ich habe gerade mal nachgeschaut. Das letzte, was ich gelesen habe, war Spirou in Tokio. Das war einer von den Monoera-Bänden. Und das ist ja schon richtig lange her. Und davor hatte ich aber auch schon richtig lange keinen gelesen. Also bei mir ist es leider tatsächlich so, dass ich, wahrscheinlich Tomei und Jean-Ri und Aussprache möge man mir wie immer verzeihen, wahrscheinlich die letzten waren, die ich noch gelesen habe. Also alles, was danach dann eben kam mit Monoera und Fehlmann und wie sie alle heißen, habe ich quasi nur peripher beobachtet. Und dann diese ganzen Nebenbände, Spin-Off-Sachen habe ich auch noch nicht gelesen. Also jedes Mal, vor allem jedes Mal, wenn du über Spirou sprichst, denke ich mir, Mensch, ich würde eigentlich total gerne mal wieder Spirou lesen. Also sowohl die alten mal wieder, weil ich habe neulich auch auf so einem Facebook-Typen, den ich folge, der hat auch so alte Franquin-Zeichnungen gepostet. Da bin ich natürlich mit aufgewachsen, einfach mit dem Strich. Aber das sind ja auch fantastische Zeichnungen. Also einerseits hätte ich Bock, wirklich die alten Abenteuer mal wieder zu lesen. Und aber auch schon seit vielen Jahren denke ich mir, Mensch, gerade diese neuen Sachen, die sehen auch immer ganz spannend aus und ich höre auch immer gute Sachen drüber und so. Und ab und zu blätter ich mal rein im Comic-Laden, würde ich auch immer ganz gern mal wieder lesen. Und dann ist es halt eins von vielen Dingen, die ich eigentlich mal lesen möchte, wo ich mir dann überlegen muss, okay, wo investiere ich mein Geld rein und wo investiere ich den Regalplatz rein? Weil ich bin mittlerweile wirklich an einem Punkt angelangt, wo es so ist, okay, wenn ich mir neue Comics kaufe, muss ich quasi alte Comics aussortieren. Da irgendwann endet das halt einfach mit diesem Platz. Da würde der andere Andi jetzt wieder digital in den Raum werfen. Vielleicht muss ich wirklich irgendwann mal für so Sachen, die ich nur mal lesen möchte, mir ein größeres digitales Lesegerät zulegen. Das ist bei mir immer so das Problem, dass ich dann auf einem normalen Tablet, das finde ich nicht angeheben zu lesen. Aber gut, ja, also klingt eigentlich ganz cool. Ich war gerade bei dem ersten Band, den du vorgestellt hast, sehr an ich einfach unverbesserlich erinnert. So dieses superböse Wicht, der sich mit Kindersorgen oder hier jetzt Teenager oder junge Dame Sorgen irgendwie rumschlägt. Und ja, es ist quasi die Kindererziehung mit den Mitteln eines superböse Wichts betreibt, aber auf humorige und wahrscheinlich auch irgendwie sympathische Art trotzdem. Denn die Figur ist ja doch, also es gäbe ja nicht all diese Geschichten um Zyklotrop, wenn er nicht irgendwie den LeserInnen auch irgendwie sympathisch geworden wäre. Aber es klingt, als wäre das eine recht launige Angelegenheit für zwischendurch. Ja, also es kommt nicht an so tiefere Sachen wie zum Beispiel, was Emil Bravo jetzt macht mit Verquickungen mit dem Zweiten Weltkrieg oder so. Und da kommt es natürlich nicht ran. Das will es aber auch gar nicht. Das will einfach ein Funny sein, der gut unterhält und das schafft er ganz gut. Er sagt, ich bin ja nicht so der Funny-Leser. Und wenn, dann muss ich einen Bezug dazu haben. Nämlich, ich würde jetzt nicht eine neue Funny-Serie, das wäre jetzt nichts für mich. Aber hier, wo ich die Figuren kenne, wo ich das Universum so ungefähr erahnen kann, da funktioniert das super für mich. In Besonderheit wollte ich zum Abschluss noch erwähnen, in jedem von diesen zwei Bänden waren diesmal auch Doppelseiten drin. Also du hast dann quasi im Album, wo du jeweils noch, also du hast dann quasi eine Viererseite. Das ist zwar interessant, weil die nicht immer komplett ausgenutzt wird als Riesenzeichnung, wie man das so kennt, sondern auch da sind recht viele Panels verbaut. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Spielerei, die sich da reinbastelt. Also so zum Ausklappen? Ja. Ah, okay. Oh ja, okay, ich verstehe. Und zwar in allen beiden Bänden war das drin. Ob das im dritten, den habe ich jetzt noch nicht. Der wird sicherlich auch noch mal irgendwann an mich herangetragen. Okay. Dann werde ich dazu berichten. Das finde ich ja im Album, vor allem im Softcover-Album interessant, weil ich finde gerade so eine Klebebindung ja auch in gewisser Weise etwas delikat, wenn man die zu weit auseinanderzieht. Also da war ich zumindest früher immer sehr penibel mit meinen Carlsen-Comics auch, dass ich die nicht so weit irgendwie auseinanderdrücke. Und dann, wenn man dann so eine Doppelaufklappseite irgendwie hat, dann das muss man dann ja schon irgendwie auf den Tisch legen und ein bisschen auseinanderziehen, dass man das lesen kann. Ja, ich glaube, sie haben das schon mit einberechnet und haben das schon so, dass das in der Mitte jetzt nicht so die megawichtigen Sachen sind. Also du musst es nicht komplett aufknäulen, damit du siehst, was da passiert. Also das haben sie sich um Mühe gegeben. Ich gebe denen natürlich recht, früher musste man bei den Carlsen-Alben natürlich auch sehr vorsichtig sein, weil die schon teilweise vom normalen Lesen die Bindung auseinandergegangen ist. Deswegen habe ich dieses Alben-Format auch lange abgehalten. Aber das haben sie ja wirklich jetzt schon lange Jahre im Griff. Also hier, wie gesagt, die beiden hatte ich mir auch gebraucht besorgt und da merkst du gar nichts. Okay, ja gut. Das ist natürlich auch lange her, die Zeiten, von denen ich hier jetzt rede. Also meine Erfahrung mit Carlsen-Bindungen ist jetzt auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das stimmt natürlich, ja. Ja, cool. Und die große Freude natürlich bei diesen Softcover-Alben ist natürlich auch wieder, zwei von denen sind immer noch genauso schmal wie ein Splitterband, der ja nur im Hardcover immer verfügbar ist. Also wo du das Platzproblem ansprichst, du kriegst tatsächlich mit Softcover einfach mehr Zeug runter. Ja, klar. Das kommt dann auch noch mit dazu, ja. Also ja, es ist wirklich ein ganz neues Problem in meinem Leben. Da habe ich mich lange nicht mit beschäftigt, mit Platz. Aber dann jetzt in den letzten paar Umzügen habe ich schon immer schwer ausgemistet. Und mittlerweile wirklich auch immer so regelmäßig, wenn ich so ins Regal gucke. Gut, jetzt habe ich auch wieder Comics bestellt, die müssen wieder irgendwo hin. Das heißt, irgendwas muss ich vielleicht auch wieder aussortieren oder umschichten. Und das ist so dieses Archiv, das ich irgendwann mal hatte, ist es in dem Sinne nicht mehr. Aber irgendwann kommt man echt, oder ich zumindest an den Punkt, wo ich sage, okay, ich habe den Comic jetzt echt seit vielen Jahren nicht angefasst. Und wie hoch sind die Chancen, dass ich ihn irgendwie in den nächsten zehn Jahren nochmal anfasse. Vielleicht muss man sich da auch von Dingen irgendwann mal verabschieden. Okay, cool. Ja, Spirou, immer ein gutes Thema. Ich muss mir das echt mal vornehmen, da auch mal wieder was zu lesen. Aber heute habe ich erst mal Superhelden, amerikanische Superhelden mitgebracht. Ich habe ja vorhin auch erwähnt, jetzt am Tag der Aufnahme, es ist heute der Sonntag des Münchner Comic Festivals 2021. Das natürlich nur in sehr abgespeckter Version stattfindet. Also in München selbst gibt es verschiedene Ausstellungen. Das ist mehr als Comic Museum München angelegt. Und dann gibt es so ein bisschen ein paar Online Streams von Veranstaltungen. Gestern am Samstag gab es da eben auch ein Gespräch mit Jonas Scharf. Also in München ist jetzt auch noch bis in den September rein sogar. Also jetzt nicht nur über das Comic Festival Wochenende. Manche Ausstellungen sind jetzt nur für diese vier Tage. Aber die Ausstellung im Amerika Haus zu 60 Jahre Marvel Universum, die ist auch bis in den September rein. Also die möchte ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Große Ausstellung mit vielen Originalseiten durch die Jahrzehnte hinweg von verschiedensten Marvel Zeichnern und vielleicht auch Zeichnerinnen. Darüber kann ich jetzt gerade nichts sagen. Und Jonas Scharf eben hier aus der Nürnberger Region hat in den letzten Jahren schon einige Sachen für Marvel gezeichnet. Der hatte auch das Plakat für diese Ausstellung in München gemacht und hat auch selber ein paar Seiten in der Ausstellung. Und gestern gab es eben da ein Gespräch mit ihm. Michael Komper, der Kurator der Ausstellung, hat ihn da ein bisschen interviewt. Wir hatten bei meinem anderen Podcast das alles. Jonas auch schon zweimal zu Gast, glaube ich, mittlerweile. Also vor ein paar Jahren schon sind wir da mal in ihn herangetreten. Das heißt, ich stehe ein bisschen in Kontakt mit dem und habe, glaube ich, die meisten seiner Sachen gelesen. Jetzt gerade hat er eine neue Serie bei Boom, Basilisk. Da kam jetzt gerade das erste Heft raus und mit Cullen Bunn. Und mit Cullen Bunn hat er vorher schon die zwölfteilige Reihe Bone Parish auch bei Boom gemacht, die ich sehr gut fand. Aber wie gesagt, zwischendurch hat er eben auch mal bei Marvel gearbeitet. Er hat erst eine 5-, 6-seitige Kurzgeschichte in einem Avengers Halloween Special gemacht und dann jetzt eben diese fünfteilige Reihe Avengers of the Wastelands. Und wie gesagt, ich lese ja sehr selten Superhelden und fast noch seltener Marvel Superhelden. Und wenn das jetzt nicht Jonas gewesen wäre, hätte ich mir das auch nicht geholt. Aber bei Jonas, das ist irgendwie so ein Ding, da hole ich mir dann sogar die Hefte. Da warte ich dann noch nicht mal aufs Paperback, weil ich dann irgendwie denke, ja Mensch, die jungen Künstler aus der Region müssen wir auch irgendwie unterstützen. Da mache ich dann sogar in mein Heft Abo für seine Sachen. Und ja, wie zu erwarten, nachdem ich mich in diesem Universum nicht aktuell besonders gut auskenne, kann ich jetzt auch über so weitere Zusammenhänge oder sowas gar nicht viel sagen. Ich bin ein bisschen darauf angewiesen, was mir die Zusammenfassungen in den Heften auch sagen. Also es spielt in diesem Old Man Logan Universum, also in den Heften heißt es dann auch, dass die Ereignisse in dieser Geschichte nach Old Man Logan, Old Man Quill und Dead Man Logan stattfinden. Alles drei Geschichten, die ich nicht gelesen habe. Also das ist ein Universum, das mir relativ fremd ist. Aber aus den Heften heraus kann ich mir natürlich auch erschließen. Also die machen das dann ja schon irgendwie auch ein bisschen für nicht regelmäßig Leser zugänglich, indem sie in jedem Heft immer auch so eine Zusammenfassung des vorangegangenen Hefts mit voranstellen. Und natürlich auch in der Geschichte ein bisschen erklärt wird, dass vor mehreren Jahrzehnten die Superhelden mehr oder minder ausgerottet wurden, dass die Superbösewichte da eine große Schlacht gefochten haben und die meisten der klassischen Helden dabei eben auch gestorben sind. Und hier in dieser Geschichte geht es nun darum, dass Doktor Doom, der quasi Ober-Ober-Böse-Bösewicht, die letzten verbleibenden Superhelden oder neu dazugekommenen Superhelden auch vernichten will. Und dabei auch noch die ganzen alten Superbösewichte, die ihm mal zur Seite gestanden sind, auch noch mit aus dem Weg räumt. Also er will so richtig Tabula Rasa machen. Also die Geschichte oder die Hefte fangen dann gerne mal damit an, dass er eben wieder einen weiteren alten Weggefährten besucht und aus dem Weg räumt. Es tauchen also verschiedene Versionen von gealterten Superbösewichten auch auf. Und bei den Helden ist es eben eine junge Riege an Nachkömmlingen. Also Thor, die Thor-Figur ist übernommen von Danny Cage, die Tochter von Luke Cage und Jessica Jones. Der Hulk ist Hulk Junior, also der Sohn vom klassischen Hulk, der in diesem Universum irgendwie eine Familie hatte. Dann gibt es einen neuen Ant-Man namens Dwight, zu dem ich keinen Nachnamen habe. Und einen neuen Captain America namens Grant, zu dem ich auch keinen Nachnamen habe, der eigentlich aus Dr. Dooms Armee kommt. Dr. Doom hat das Super-Serum eingesetzt, hat also verschiedene Menschen gesucht, denen er das Super-Serum verabreichen kann, um sich so eine Superhelden- oder Super-Soldaten-Armee zusammenzustellen. Davon haben aber nur zwei im Endeffekt das ganze Experiment auch überlebt. Und einer davon war eben Grant, der dann irgendwann an den Punkt kam, wo er sagte, das funktioniert so nicht. Ich gehe jetzt auf die andere Seite und zieht sich dann das Captain America-Kostüm an. Ist aber, ja, dadurch, dass er eben auch aus dieser Bösewicht-Armee auch irgendwie kommt, ein recht derber Typ, was dann innerhalb dieser Gruppe auch zu Spannungen führt. Also die Geschichte geht damit los, dass dieser neue Ant-Man trifft auf Dr. Doom. Also Dr. Doom kommt und zerstört die Stadt, wo dieser junge neue Ant-Man ist, tötet dort alle, seine Freunde, Familie und auch sonst alle anderen Menschen. Und dieser junge Ant-Man macht sich dann auf die Suche, kommt dann auf die Farm, wo Danny Cage und der junge Hulk sich zurückgezogen haben und erzählt ihnen davon. Und da taucht dann auch Doom und seine Armee auf und die jungen Helden machen sich dann eben auf den Weg, also es stellt sich dann raus, das war ja nur ein Doom-Bot bei diesem Angriff, den sie dann auch besiegen können. Aber dann machen sie sich eben auf, um Doom zu stoppen und unterwegs treffen sie dann eben noch auf den neuen Captain America, dann treffen sie noch auf Viv oder Vivian Vision, eine, ich weiß gar nicht genau, in welcher Beziehung die jetzt nun zur Original-Vision steht. Genau, und treffen natürlich immer wieder auf Hindernisse und Gegner und es kulminiert in diesen fünf Heften und dann eben irgendwann auf die endgültige Zusammenkunft, dass sie dann eben auf Doktor Doom treffen und natürlich die letzte Schlacht quasi ausfechten und da dann im letzten Heft auch rauskommt, so die wahren Beweggründe, dass Doktor Doom für alles, was er jetzt in diesen fünf Heften hier angestellt hat, diesen quasi Feldzug gegen seine alten Mitstreiter und gegen die jungen Empörkömmlinge unter den Superhelden. Also es endet dann auch so ein bisschen quasi mit einer Neuformierung oder dem Beginn einer Neuformierung von neuen Avengers. Also der letzte Text im allerletzten Heft, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, also die letzten Worte, die gesprochen werden von Danny Cage-Tor sind. It's time for us to rebuild. Wie gesagt, es ist natürlich jetzt storymäßig, es ist ganz cool, also so diese Auflösung im fünften Heft hat mir dann ganz gut gefallen. Bis dahin war es so ein bisschen, es plätschert ein bisschen hin. Jetzt keine besonders riesigen Höhepunkte. Mir fehlt da wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen der Zugang zum Gesamtuniversum. Wahrscheinlich sind auch irgendwelche Bezüge drin zu anderen Geschichten, die dann zwar hier gerne mal so mit so Sternchen, kennt man ja so in der Sprechblase dann Sternchen und dann steht unten, ja, bezieht sich irgendwie auf Old Man Logan oder irgendwie sowas, das ich dann halt nicht gelesen habe. Also das ist jetzt wahrscheinlich ein Mehrwert, der mir entgeht. Andere Leser sehen da wahrscheinlich dann, ah, das ist total cool, das bezieht sich dann hier hin und das bezieht sich da hin und das passt da mit rein und das gibt denen dann was, was mir hier jetzt dann eben ein bisschen entgeht. Die Geschichte ist geschrieben, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, von Ed Brisson. Von dem ich glaube ich auch noch nichts gelesen habe. Die Farben sind von, und auch hier wieder Aussprache, möge mir verzeihen, Niraj Menon oder Niraj Menon und das Lettering ist von Corey Petit. Wie gesagt, ich habe es halt gekauft, weil Jonas es gezeichnet hat und von Jonas Zeichnungen halte ich extrem viel. Also ich bin tatsächlich großer Fan seiner Zeichnungen und habe auch das Gefühl, dass sie sich über die Jahre auch tatsächlich immer weiterentwickelt haben. Gerade in Schwarz-Weiß, also Jonas arbeitet traditionell auf Papier mit Bleistift und Tusche, Computer nur, wenn er irgendwie nachträglich irgendwelche Änderungen oder Verbesserungen machen muss, vom Verlag aus, die schneller auf dem Rechner zu machen sind. Aber an sich arbeitet er analog. Das ist etwas, was mir auch generell sehr sympathisch ist. Da bin ich großer Fan von. Und er hat einen hervorragenden Schwarz-Weiß-Stil. Also er arbeitet wirklich mit viel Tusche auf der Seite, sehr kräftiges Schwarz. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das heißt, ich habe jetzt natürlich auch schon über verschiedene Serien von ihm ihn mit verschiedenen Koloristen gesehen und finde, da funktionieren manche besser, manche schlechter. Jetzt hier bei Avengers of the Wasteland finde ich das okay. Also ich glaube, dass da mit einem anderen Koloristen seine Jonas-Zeichnungen noch ein bisschen mehr poppen könnten. Aber das passt schon. Aber insgesamt, ja, also das ist, glaube ich, eine ganz okay Geschichte. Mir war es teilweise ein bisschen viel Text, gerade so im ersten, jetzt weiß ich noch, wie ich das erste Heft, als es neu war, gelesen habe, dachte ich mir, boah, da sind aber teilweise schon echt viele Worte auf einer Seite. Da bin ich nicht immer Fan von. Da habe ich manchmal das Gefühl, da kann man auch ein bisschen eleganter erzählen, indem man weniger Text auf einer Seite hat. Ich hatte es gestern alle fünf am Stück durchgelesen. Ist mir jetzt gestern nicht mehr so irgendwie so unangenehm aufgefallen, wie es beim ersten Mal war. Die Geschichte ist sogar auch auf Deutsch erschienen. Also dadurch, dass Jonas eigentlich nur für amerikanische Verlage arbeitet und da jetzt nicht immer an den ganz großen Sachen dran ist, ist vieles von ihm nicht auf Deutsch erschienen. Avengers of the Wastelands gibt es wohl als Sammelband auch bei Panini. Ich habe jetzt eben hier, wie gesagt, die amerikanischen Hefte gelesen. Also, ist es wahrscheinlich für echte Marvel-Fans, ist meine Besprechung, natürlich wahrscheinlich furchtbar unbefriedigend, weil ich da auch tatsächlich kein Experte bin und schon gar nicht eben für dieses Old-Man-Logan-Universum. Mir ging es jetzt hauptsächlich darum, zum einen, weil das jetzt mit dem Comic-Festival Wünschen ganz gut zusammenpasst, mit dieser Ausstellung und auch mit dem Gespräch mit Jonas und weil ich einfach sowieso nie müde werde, Jonas Schaaf in Deutschland noch ein bisschen mehr zu pushen, weil ich immer das Gefühl habe, den kennen noch gar nicht genug Leute, eben weil nicht so viel von ihm auf Deutsch übersetzt ist und weil, ja, er jetzt eben nicht direkt an Captain America gearbeitet hat, sondern eben viel für Boom, also er hat ja ein paar Hefte für die Power Rangers-Serie gemacht vor ein paar Jahren, dann eben hier Bone Parish, er hatte die Prequel-Reihe zum letzten Planet der Affen-Film gemacht, War for the Planet of the Apes, da gab es einen Prequel-Comic, den hat er gezeichnet, das erste, was er gemacht hat, war Warlords of Appalachia, so eine Creator-Owned Miniserie auch für Boom und dann, wie gesagt, noch so ein paar andere kleinere Sachen, du hattest ja, Jonas, dann auch beim letzten Comics-Salon 2018 interviewt, ne? So ist das, nicht unweit von mir steht Big Trouble in Little China, ein Buch, was er auch illustriert hatte, nicht, dass ich es schon gelesen habe, aber die Zeichnung drin ist natürlich sehr schön geworden. Ja, Ende 20 und entwickelt sich echt gut weiter und ich glaube, da kommt noch ein, ich bin jetzt sehr gespannt auf Basilisk, auch so eine, so eine Mystery-Horror-Serie so ein bisschen, da bin ich sehr gespannt, sieht sehr gut aus, was ich bisher gesehen habe und klingt sehr spannend, was ich da bisher drüber gehört habe, ich sage, das erste Heft ist jetzt gerade raus, wird auch eine zwölfteilige Reihe und dann mal gucken, wo es für den jungen Mann noch hingeht. Ich hoffe, dass jetzt vielleicht auch das Comic-Festival München, dass da jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Menschen das jetzt tatsächlich gesehen haben, dieses Gespräch, wie viele Menschen sich tatsächlich auf diese Ausstellung anschauen und so, aber vielleicht gibt es da jetzt auch nochmal ein bisschen einen Push. Es wäre wahrscheinlich auch, wenn der Comic-Salon stattgefunden hätte letztes Jahr und Panini ja Avengers rausgebracht hat und so wie ich das gestern gehört habe, hatten die wohl auch so eine limitierte Hardcover-Auflage davon extra gemacht. Das wäre wahrscheinlich für den Comic-Salon und generell für die Messen natürlich auch ganz gut gewesen für Jonas da bei Panini dann Signierstunden zu machen und ihn da ein bisschen bekannter zu machen noch in Deutschland, aber zumindest so verschiedene Redakteure in den USA haben ihn ja zusammen immerhin auf dem Schirm und Cullen Bunn eben als Autor hat jetzt auch schon das zweite Mal mit ihm zusammengearbeitet und bei Basilisk dann auch wirklich das von vornherein zusammenentwickelt bei Bone Parish hatte Cullen Bunn das ja noch entwickelt ohne zu wissen wer es dann zeichnen würde und dann war ja sogar erst ein irgendwelchen anderen Zeichner dran die dann aber nochmal ausgetauscht wurden durch Jonas das erste Heft wurde glaube ich komplett neu gezeichnet ich glaube das gab es eigentlich schon mal und bei Basilisk haben sie jetzt wirklich von vornherein das eben auch zusammenentwickelt und ja also er hat zumindest immer er kriegt zumindest immer Arbeit in den USA also das ist auf jeden Fall ganz schön mit anzusehen hat definitiv das Zeug hier der nächste Nick Klein oder ähnliches zu werden aber es ist schon so wie du es sagst wäre jetzt Erlangen gewesen oder München richtig dann wäre es sicherlich richtungsweise von Panini gewesen da so ein so ein Messespecial zu machen dass er dann hätte schön durchsignieren können also gerade das ist ja auch gerade dieses Old Man Logan Universum das fasziniert ja auch viele durch diesen durch diesen Apokalypse Aspekt der da drin ist und ja also das das hätte super gepasst aber naja vielleicht kann man das nochmal nachholen ist ja nicht so weit ja ich meine es werden ja noch Sachen von ihm auch sicherlich rauskommen Comics Long gehen wir mal davon aus wird nächstes Jahr wieder stattfinden und die anderen Veranstaltungen auch er hat jetzt dann zuletzt noch an der Namor-Reihe mitgezeichnet allerdings war das glaube ich immer nur so eine Seite pro Heft also das ist bloß so eine so eine Geschichte die auf zwei Zeitebenen spielt also eigentlich irgendwie ein großer Rückblick ist und dann gibt es immer nur so so einzelne Seiten die im hier und jetzt spielen und die hat dann Jonas gezeichnet und die ganzen Rückblick Seiten die die eigentliche Geschichte sind hat jemand anders gezeichnet also von daher auch auch wenn es bisher jetzt nie so die ganz großen langfristigen Sachen bei Marvel waren haben die ihn da zumindest auch auf dem Schirm und geben ihm zwischendurch auch immer Arbeit ist natürlich auch immer so die Frage also ich weiß bei die haben ihn schon länger mal gewollt die haben schon länger bei ihm angefragt aber da war er dann eben gerade mitten in Bone Parish das heißt noch einige Monate auch gebunden deswegen hat er dann mal zwischendurch eben diese paar Seiten von dem Halloween Special machen können weil er die so dazwischen schieben konnte und diese diese fünf Hefte Avengers konnte er dann neben machen als als Bone Parish dann dann vorbei war und er auch wieder Zeit hatte für sowas jetzt ist er erst mal wieder bei Basilisk als gestern erzählt also er hat jetzt vier Hefte hat er jetzt fertig gezeichnet also acht kommen für ihn noch da ist er jetzt auch erst mal wieder eine Weile gebunden wobei ja da bin ich sehr gespannt er hat gestern auch schon erzählt in diesem Gespräch dass er zwischendurch noch eine eine 48-seitige Graphic Novel irgendwie ein Album noch noch zeichnet über das aber noch nichts noch nichts bekannt ist da bin ich sehr gespannt was das ist also schaut euch Jonas Schafer auf jeden Fall mal an findet ihr auf Instagram und so ganz toller Zeichner er hat letztes Jahr während der Pandemie natürlich auch nicht so viel zu arbeiten gehabt hat dann aber viel Illustrationen auch gepostet er hat sich mit so mit deutschen Sagen und Legenden irgendwie beschäftigt irgendwelche Rittersachen und so er hat ganz ganz tolle Illustrationen gepostet hat sich mittlerweile auch mit Farbe mehr vertraut gemacht also er hat jetzt auch bei Avengers Cover selber gemacht wenn ich mich jetzt nicht komplett irre und auch da hat er schon coole Sachen gezeigt also ja guter Typ und auch ein super netter Kerl also ich habe den schon öfter mal auch mit dem getroffen und gequatscht wenn er mal Zeit hat so ein Comiczeichner bei dem scheitert oft an der Zeit aber ja super sympathischer lustiger Kerl auch also das kann man auf YouTube auch nachschauen eben auf dem Kanal vom Amerika Haus das Gespräch mit Jonas Schaaf und am Tag davor am Freitag gab es auch ein Gespräch mit Nick Klein eben auch genau hier wieder auch Michael Komper im Zuge der Marvel Ausstellung ein Gespräch mit Nick Klein der jetzt momentan eben den Tor zeichnet mit geschrieben von Donny Cates hast du von Jonas Comics eigentlich irgendwas gelesen schon ne tatsächlich wie gesagt war es die einzige ich hätte mir digital hatte ich mir diese Dings geholt wie hieß es Appalacia hatte ich mir Warlords of Appalacia ja da bin ich auch durch das alles dann drauf gekommen und ja wie gesagt ich hätte an dem Tag gern noch so ein bisschen mehr gekauft aber er hatte halt auch nicht so wahnsinnig viel da halt was er hätte signieren können ja schwierig mit den weil vieles nicht auf deutsch erschienen ist und er hat ja jetzt nicht eine Kiste mit 20 Heftausgaben oder sowas dabei das ja 2018 war da auch noch nicht so viel gesammelt raus ja mittlerweile gibt es halt die komplette Bone Parish die war damals noch nicht raus aber wie gesagt die nächsten Messen kommen mit Sicherheit und ja da erhoffe ich mir da einiges aber es ist halt schade diese zwei Jahre die jetzt dadurch verloren sind das merke ich sehr oft dass ich bei gewissen Bänden einfach immer so gesagt habe naja in Erlangen oder München oder in beiden da wird der oder diejenige bestimmt schon sein das brauche ich mir jetzt nicht kaufen weil das kaufe ich mir dann wenn ich es signieren lasse weil ich ungern mit mit einem Koffer durch die Gegend reise wo meine Comics drin sind nicht dass ich das nicht schon getan hätte also nicht mit dem Koffer sondern mit dem Koffer Raum voller Comics die ich habe signieren lassen in Erlangen schon aber einfacher ist es doch ich kaufe den Kram da und dadurch dass jetzt nichts stattgefunden hat ist tatsächlich ja bei manchen Leuten einfach weniger Kohle hingeflossen muss ich ganz klar sagen ist halt leider so ja ne verstehe ich klar und wie gerade gesagt also damals 2018 in Erlangen also wer der bei Ultra Comics signiert also nicht nicht bei einem Verlag sondern eben hier beim Comicladen die ja auch immer einen Stand haben und dann auch mit mit Carlson zusammen eigentlich meistens sich den Stand teilen und die haben auch seine Comics immer da also auch sowohl im Geschäft also da natürlich dann eben auch auf dem Salon gehabt aber es war eben natürlich gerade noch nicht so viel wirklich raus also es gab halt das Warlords Paperback es gab diesen Big Trouble das Buch das du gerade erwähnt hast und ansonsten ich glaube die Planete Affen war glaube ich auch noch nicht gebunden raus bin mir nicht ganz sicher aber ja jetzt mittlerweile wie gesagt eben Bone Parish gibt es drei Paperbacks aber wie gesagt eben auch nur auf Englisch und ich glaube Avengers ist jetzt wirklich das momentan das einzige wahrscheinlich das auf Deutsch auch raus ist weil es halt bei Pardini raus ist die ganzen Boom Sachen gibt es nicht ich weiß nicht ob Power Rangers auf Deutsch übersetzt werden keine Ahnung käme nie aus da ist der andere die gerade aktuell wohl tief drin im Thema na gut aber wir werden von Jonas glaube ich noch einiges sehen und wenn ihr wenn ihr des Englischen mächtig seid dann greift einfach zu den zu den englischen Sachen also Bone Parish kann ich wirklich empfehlen zwölf Hefte drei Paperbacks coole coole Crime Story mit ein bisschen einem mystischen übernatürlichen Einschuss kommt daher wie so eine HBO Serie das ist wirklich cool und jetzt eben Basilisk ganz neu kann man mal einen Blick hinwerfen ich hab's noch nicht gelesen die erste Hälfte ist jetzt diese Woche gerade erschienen ich hab's noch nicht aber sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus also allein wenn man wegen seiner Bilder lohnt sich Jonas Scharf auf jeden Fall cool dann sind wir mit den Comics durch Breedstorm willst du noch irgendwas loswerden ja ich möchte was loswerden und zwar Seable Portol Kütz so jetzt hat er sämtliche Schläfer aufgeweckt die jetzt losziehen im Namen des Z ihre ihre Missetaten zu begehen ja cool dann soll das quasi das Schlusswort gewesen sein vielen Dank fürs Zuhören bei unserem kleinen Techniktest und dann hören wir uns bald wieder in einer regulären Folge der Comic Cookies bis dahin macht's gut lest Comics adieu adieu adieu